in 321 moin freunde heute ein weiterer teil vom opening wir befinden uns hier noch in der ersten hälfte ich hoffe dass ich heute meinen ersten legendären endlich ziehe weil ich meine schaut euch mal das hier an das ist eine sehr gute chance und dann hier noch das schon getraut wenn ich zuletzt hier rass ich noch mehr aus weil das möchte ich nicht ich persönlich sage cool ist es sehr schlecht das gibt ich das auch einfach durch ich kann auch noch ein paar geld aber auch nicht aber schauen wir mal rein geil mal sechs verbleibende das hat mir echt noch gefehlt na okay jetzt habe ich ein paar boxen haben wir ja noch es macht irgendwie so spaß boxen zu essen vielleicht auch nicht ist irgendwie so schlimm aber leider haben wir heute nur leider ein geld zu bekommen und mehr nicht und mann nicht aber mehr nicht tja würde ich sagen bis später so leute dann öffnen wir doch nochmal eine mega box wir schauen ob was drin ist in drei zwei eins oh schütt oh schütt das ist heftig nein genau wie meine schwester okay leute würde ich sagen ich genieße auch den screen kurz und ich beende hier mit das video viel spaß noch bis bald wie nein 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 ARD Text im Auftrag des ZDF